Wir haben gesehen, wie es zur Entstehung der Berliner Erklärung gekommen ist. Und ich möchte nun einige markante Ausschnitte aus der Berliner Erklärung zitieren, die allerdings, wenn man sie so einzeln liest, etwas scharfer klingen, als wenn man sie eingebettet in den Gesamttext liest. Deshalb möchte ich herzlich dazu einladen, den gesamten Text auf unserer Homepage zu lesen. Ich zitiere hier aus der Berliner Erklärung. Die unterzeichneten Brüder erheben warnend ihre Stimmen gegen die sogenannte Pfingstbewegung. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemeint. Es wirken in ihr Dämonen, welche von Satan mit List geleitet, Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. An der Überzeugung, dass diese Bewegung von unten ist, kann uns die persönliche Treue und Hingebung einzelner führender Geschwister nicht irre machen. Auch nicht die Heilungen, Zungen, Weissagungen und so weiter, von denen die Bewegung begleitet ist. Der Geist in dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor. Dennoch ist es ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen, wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen und so weiter, treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist uns unmöglich. Unerfahrene Geschwister lassen sich durch solche Segnungen des Wortes Gottes täuschen. Diese ändern aber an dem Lügencharakter der ganzen Bewegung nichts. Wir bitten hierdurch alle unsere Geschwister um des Herrn und seiner Sache willen, welche Satan verderben will. Haltet euch von dieser Bewegung fern. Wer aber von euch unter die Macht dieses Geistes geraten ist, der sage sich los und bitte Gott um Vergebung und Befreiung. Verzagert nicht in den Kämpfen, durch welche dann vielleicht mancher hindurchgehen wird. Satan wird seine Herrschaft nicht leichten Kaufes aufgeben. Aber seid gewiss, der Herr trägt hindurch. Er hat schon manchen freigemacht und will euch die wahre Geistesausrüstung geben. Unsere feste Zuversicht in dieser schweren Zeit ist diese. Gottes Volk wird aus diesen Kämpfen gesegnet hervorgehen. Wenn jeder dem Herrn und seinem Worte den Platz einräumt, der ihm gebührt, so wird er das Werk seines Geistes, das er in Deutschland so gnadenreich angefangen hat, zu seinem herrlichen, gottgewollten Ziele durchführen. Es folgen 56 Unterzeichner und die Bemerkung Zustimmung zu vorstehender Erklärung sind erbeten an Pastor Wittekind, Wernigerode und seine Adresse. Wenn man die Berliner Erklärung komplett durchliest, fällt zunächst der äußerlich freundliche und demütige Tonfall auf. Ganz offensichtlich waren die Verfasser der festen Überzeugung, verantwortungsbewusst zu handeln. Es ging ihm vor allem um eine Bewahrung der erweckten christlichen Kreise vor Irrlehren sowie um den Erhalt des bestehenden geistlichen Lebens in der derzeitig vorherrschenden Form. Die Berliner Erklärung befasst sich insgesamt mit drei Schwerpunkten. Zum einen ist es eine Stellungnahme zu den aufgetretenen Phänomenen. Zum zweiten ist es eine Stellungnahme zu einer überzogenen Heiligungslehre, der sogenannten Lehre des reinen Herzens, die großen Raum einnimmt. Und zum dritten ist es eine Stellungnahme zur künftigen Beziehung zu Pfingstlichen Kreisen. Die Christen werden gewarnt und aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. Zunächst zu den Phänomenen. Heute würden wir von Manifestationen sprechen. Da heißt es, die hässlichen Erscheinungen sind ausgelöst von einem falschen Geist und nicht gottgewirkt. Weissagungen werden mit der Übermittlung spiritistischer Botschaften verglichen. Ja, die ganze Pfingstbewegung hat Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. In ihr wirken Dämonen. Pauschales Fazit. Eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist uns unmöglich. Der Gnabauer Verband hat sich Jahre später um eine Relativierung dieser Aussagen bemüht. Man hat versucht, die Bezeichnung von unten als seelisch zu interpretieren. Gemeint ist also nicht von unten aus der Hölle, sondern von unten aus dem menschlichen Bereich. So war angeblich, laut Sicht des Gnabauer Verbandes, der damalige Sprachgebrauch in der Gemeinschaftsbewegung. Es ist nicht als dämonisch zu interpretieren. Auch, wenn direkt im Anschluss von Dämonen gesprochen wird. Man wies auch darauf hin, dass bei der Herkunft der Manifestationen offengelassen ist, wie viel überhaupt davon dämonisch ist, oder hysterisch ist, oder seelisch ist. Die Berliner Erklärung sei keine pauschale Dämonisierung der Pfingstbewegung. Wie weit das tatsächlich den Absichten der damaligen Verfasser entspricht, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der mittlere Hauptteil des Textes befasst sich mit der sogenannten Lehre des reinen Herzens. Bei dieser Lehre handelt es sich nicht um eine speziell pfingstliche Sonderlehre, sondern das ist etwas, was seit vielen Jahren in den Kreis der Heiligungsbewegung gelehrt wurde und dort hineingehört. Und diese in der Tat etwas befremdliche Lehre betont die Möglichkeit, dass man als Christ, als Gläubiger, in einen Zustand der Sündlosigkeit geraten kann. Also nicht mehr sündigt. Das reine Herz sei etwas, was man durch den Heiligen Geist empfangen könnte. Und das erst sei die Voraussetzung überhaupt, die Geistestaufe zu empfangen. Die damit verbundene Lehre sagt, dass es im Grunde genommen im Christenleben drei Stufen gibt. Die erste Stufe ist Bekehrung, Wiedergeburt und Rechtfertigung durch den Glauben. Die zweite Stufe ist, ganz von den Sünden gereinigt zu werden. Und die dritte Stufe ist dann die Geistestaufe. Man ging davon aus, dass es möglich sei, dass die Sünde in einem begnadigten und geheiligten Christen ausgerottet ist. Als Beispiel gibt es ein Zitat von Jonathan Paul, das immer wieder zitiert wird. Er hat gesagt, Ich fühlte mich von jedem Hang zur Sünde erlöst. Es hat keine Befleckung, weder durch Gedanken noch durch Hinreißung des Temperamentes, seitdem bei mir stattgefunden. Es war weder Tag noch bei Nacht etwas Störendes zwischen dem Herrn und mich getreten. Ich lebe in der seligen Tatsache, dass Jesus mein neuer Adam ist. Solche als perfektionistische Schwärmerei beschriebene Aussagen bildeten angeblich den Sockel für die heraufkommende Pfingstbewegung. Alles in allem kam es letztlich nicht zu einer sauberen, weisen, theologischen Auseinandersetzung, sondern zu einer verabsolutierten Ausgrenzung. Man sah die Lehre als widergöttlich, die Phänomene als widergöttlich. Somit muss die ganze Bewegung widergöttlich sein. Pauschal wurde die gesamte Bewegung verurteilt. So kam die Berliner Erklärung im dritten Schwerpunkt zu dem Fazit. Haltet euch von dieser Bewegung fern. Wer aber von euch unter die Macht des Geistes geraten ist, der sage sich los. Bereits vorher war als einzigste Person namentlich über Pastor Paul gesagt worden, wir können ihn als Führer und Lehrer in der Gemeinde Jesus nicht mehr anerkennen. Die Berliner Erklärung verurteilte übernatürliche Phänomene pauschal, im besten Fall als seelisch, in keinem Fall jedoch als göttlich. Und sie kommt zu der Pauschallösung, radikal alle Kontakte zu den anders denkenden Christen abzubrechen, beziehungsweise in Zukunft zu verweigern. Die Berliner Erklärung ist die schärfste Verurteilung, die die Pfingstbewegung weltweit jemals aus dem Kreis anderer Christen erfahren hat. Es existiert übrigens weder ein Protokoll noch eine Originalurkunde, eine Urschrift dieser Erklärung. Drei Monate später kam es in Barmen zur Barmer Erklärung. Darin wurde diese Berliner Erklärung bestätigt und in 13 Punkten wurde eine klare Ablehnung der Pfingstbewegung als Werk eines Irrgeistes vorgenommen.